Was? Was zur Hölle ist hier passiert? Und das Schwert hat tatsächlich nur einen Schlag gehalten. Hey, ich habe einen Loot-Back. Jetzt haben wir noch drei Leben. Ich habe einen Loot-Back. Wer ist denn jetzt gestorben? Ich. Hey, wir sollten vielleicht anfangen aufzunehmen. Hallo, meine Freunde, weiter geht's in Project Ozone Reloaded. So, Davy ist gerade eben noch mal gestorben hier. Jetzt haben wir noch drei Leben. Es wird immer schlimmer. Und allerdings hat er einen Loot-Back gedroppt. Und da sind drei Eisen, neun Ender-Perlen-Dust drin, zwei Mini-Kohle und ein Weizen. Wir müssen erstmal für Werkzeug sorgen. Ja. Das heißt, wir brauchen erstmal Holz. 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 Wir brauchen so viel Holz wie möglich. Ja, hast du schon Feuersteine? Ich habe ein paar Feuersteine, aber nicht so viel wie ich gerne hätte. Ja, erstmal, dass wir eine Axt machen können. Dass wir das Holz ein bisschen schneller farmen können. Das hier finde ich irgendwie blöd, dass das hier nicht funktioniert. Ähm. So, ich habe jetzt noch ein bisschen hier von Holz. Äh. Ich schaue noch, dass ich die Schablonen hinbekomme. Oh ja, klar. Das ist... Das macht mir Angst, wenn ich da draußen sowas höre. So, wenn das alles machen. Hm. So. Äh. Kann ich jetzt hier mit das... Die Dinger bauen. Ah! Ich kann nicht bauen. Hey, ich habe eine... Ich habe eine... 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 Gucke, eine Zucchini und einen Kürbis. Ich kann nicht bauen. Ja, dann kannst du schon mal Essen machen. Gummibarmholz brauchen wir... Gummibarmholz brauchen wir... Gummibarmholz brauchen wir... Gummibarmholz brauchen wir... Gummibarmholz brauchen wir noch nicht, ne? Ach du Jemini. Ist das Fähigkeiten? Haha. So weit... So weit sind wir ja noch lange. Ja bitte. Ist... Ich habe hier ein Rezept. Das braucht... Moment... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Das braucht 81 verschiedene Obst- und Gemüsesachen. Okay. Und daraus kann man dann einen Ultimate Stew machen. Ja, das brauchen wir im Moment nicht. Wir haben erstmal wichtigere Sachen. So, ich äh... Oh, die Truhe ist auch schon wieder voll. Nur ein bisschen. Machen wir mal hier... So. Machen wir hier noch so ein paar Truhen. So, hast du eigentlich drei Angriffsschaden, okay. Äh... Sinnvoller wäre es, wenn es ein Mojus gäbe, in dem es nur alle Craftingrezepte anzeigt, die man auch machen kann. Ja, 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 ja. Hä? So, da hast du jetzt zwei gebraucht. Ne, da liegt ja noch ein Sekund. Ähm... Dass wir da auch rein tun können. So, also Platz haben wir. Ich brauche Feuerstein. Ey, wir können zwei Zucchinis zusammenglafen. Ja, aber wo kriegen wir denn Feuerstein her jetzt? So, mit Gravel und sowas. Dann mache ich auch mal da rein. Kann ich den Kürbis ausessen? Das machen wir auch mal rein. Ja. Äh... Matthias. Das behalte ich noch bei mir. Ju, was ist das denn? Ähm... Dieses... Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Äh, wo steckst du fest? In der Eingangstür. Das ist ja mal keine Eingangstür. Ja, schön. Sieht das beide auch so komisch aus? Okay. Hüpf mal. Versuche ich doch die ganze Zeit. Hallo, okay. Jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay. Hm? So, was willst du, Yammer? Ich bin auf der Suche nach etwas mehr zu essen. Okay. Ja, mach das. Ähm... Ich bräuchte noch... Und ich finde... Ich finde hier sogar recht gut viel. Also... Wenn man weiß, wie man die Teile bedient. Ich farm jetzt erstmal hauptsächlich Holz. Nein, ich habe das Inventar fast vor dem Essen. Ich war im Stein. Ähm... Mach mal ein Feld! Mach mal ein Feld! Davy, wo hattest du denn die Feuersteine das letzte Mal her? Äh... Irgendwo links. Irgendwo links. Na, irgendwo links. Ja, da angst du diese Kuh melken würde und da käme Öl raus. Wir sorgen um die Kuh machen. Warte mal, ich will mal was gucken. So. Äh... Ich bin mal so frei und esse mal ein paar von den Äpfeln. Nein. Hat irgendwer noch ne Fackel? Oder weiß wo... Bisschen laut. Kohle ist? Also... Äh... Mühlstein. Ähm... Ja, Kohle! Kohle! Warte mal! Ich bin gerade am... Äh... Anreichungskammer. Haben wir auch noch. Länge nicht. Was? Das klingt... Das klingt nach Ohren irgendwie. Ahne Infusion. Äh... Längsica Britannia. Da steht ein Ofen auf dem Dach. Äh, auf dem Baum. Ja, das ist meiner. Den brauche ich dann wieder. Ah, warte mal! Mieters, ich habe das Inventar voller Essen. Moment. Ich hätte jetzt gerne eine Küche, dass ich es zubereiten kann. Diamanterz ist hier. Und? Okay. Mieters, ich habe Diamanten gefunden. Warte mal. Äh... Ich kann sie nicht abbauen. Äh... Haben wir... Haben wir schon... Äh... Spinnenweben? Nein. Doch. Drei. Ist leider zu wenig. Ja. Brauch mehr. Ja, ihr seid beide dreimal gestorben und ich nicht. Ja. Dafür kann ich ja nichts. Du warst auch gesneakt in der Ecke gesessen. Na und? Hallo, wir haben nur insgesamt neun Leben. Ja, aber... Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn alle in der Ecke gesneakt hätten. Oh, meine Spitzhacke ist im Eimer. Bäume wieder. Hier dann später wieder... Das nehme ich auch mal mit. Bitte! Ich habe fast einen Stack Steine. Willst du daraus irgendwas häusliches bauen? Äh... Nein, noch nicht. Noch nicht. Da kommen wir später noch zu. Ich will erstmal... Äh... Dass wir dafür sorgen, dass wir hier... Da hinten was? Moment, kann ich dich damit reparieren? Hier gibt es so viel Reiches zu essen. Ah! Hilfe! Leute, ich habe ein Problem. Hier, das sind alles diese Pilze. Was denn? Äh... Treibsand. Und ich gehe runter. Äh, das ist schlecht. Uh! Ich habe einen Kirschbaum gefunden! Yay! Nimm mich! Hilf mir mal einer! Bin auch schon auf dem Weg! So! Ähm... Bitte schnell! Ja, immer mit der Ruhe. Nicht bewegen, dann gehst du auch nicht so schnell runter. Doch! Das geht nämlich auch wieder... Das geht mir bestimmt auch ein paar... Das füllt sich wieder, oder? Hoffe ich! Darf ich? Ich habe noch zwei Herzen! Anderthalb! Aua! Was machst denn du? Äh, ich... Es geht nicht so einfach. Die füllt sich nach und nach wieder selber. Hä? Ich habe jetzt einen abgebaut und der hat... You're out of lives? Oh, das kriegen wir nicht, ne? Wie? Out of lives? Ähm... Mythos! Ja, was denn? Ihr seid so oft gestorben, dass... meine Leben aufgebraucht sind! Und das heißt jetzt? Ich... Es war's! Wie, du bist... Bist vom Server runter, oder was? I... I... Connection lost here! Out of lives! Game over! Oh, ne, oder? Ne... Kann man das nicht irgendwie wieder... Ähm... So... Auffüllen? Das wäre schön! Hm... Geht das nicht irgendwie? Da bräuchten wir, glaube ich, diese Full Hearts... Consume to get an extra life! You're banned from the song! Moment, ich kann mich doch entbannen! Äh... Äh... Ja, dann mach das doch bitte! Ah... Nicht, äh... Gerade regelkonform, aber hey, wir wollen das jetzt zu dritt spielen, ne? Ja... Haha... Respawn! Wir... Wir bräuchten einfach nur noch ein paar von diesen Herzchen! Ja! Bloß wir zusammen trinken! So! Jetzt... Jetzt gehen wir aber sofort dorthinter und... Und bauen diesen Quicksand ab, weil da ist nämlich alles voller Essen drin! Okay! Duffy, kommst du mit? Ja, ich komm mit! Ich bin auch unterwegs! Ich hab nur keine Schaufel! Ich bin auch unterwegs, weil ich will das ja auch sehen! Metas, du kannst ja mal annehmen, du stellst dich nicht rein! Dich entbange ich nicht! Haha... Metas ist der einzige mit einer Schaufel momentan noch! Ja, dann wartet bitte auf mich! So... Dieser Sand hier? Ja... Dort, bei dem Grabstein, müssen wir drumrum alles abbauen, weil... Nur dort... Hopp! Äh, wie bei dem Grabstein? Weil bei dem... Das fühlt sich wie so eine Art Flüssigkeit, der Mist! Ja, deswegen habe ich dich da auch nicht rausbekommen! Hast du nicht eine Schaufel, Metas? Äh... Ne, ich hab nur das Ding und das bringt auch nichts! Okay! Geht nur kaputt da durch! Schade! Hey, so geht's natürlich auch! Mhm! Oh man, das gibt's doch nicht! Muss doch irgendwann mal hier fertig sein! Mann! Nein! Das Hühnchen ist drinnen! So! Tschüss Hühnchen! Die haben dich gern gehabt! Okay! So, jetzt Grabstein abbauen! Warte, sind jetzt die ganzen Items weg? Anscheinend! Oh, das wäre aber doof, weil ich habe das ganze Inventar voller Zeug gehabt! Wie weit geht denn das hier runter? Ich dachte, der Grabstein... Ich weiß es nicht! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Das bringt's nicht! Das ist nicht so gelaufen wie gehofft! Ne! Nicht wirklich! Schade! Aua! Ja! Aber zu essen gibt's ja immer noch genug! Blauer Schleim! Mhh! Lecker! Ja! Biss ich auch in echt! Ja, ne! Ist klar! So! Geht's denn jetzt hier wieder nach Hause? Äh, so ganz genau weiß ich auch nicht! Ich sehe nur meine Todespunkte irgendwie! Mhh! 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 Ein paar... 35 Stück! Ach! Da haben wir gleich viele! Da hinten! Ach! Yo! Ich bin ein! Sehr schön! Kann ich mehr schnell laufen! Puh! Wieso hab ich die eigentlich alle einstecken? So! Jetzt kann ich wieder... Ich hab wieder Essen abgelagert! Könnt ihr mal gucken, ob ihr damit was anfangen könnt mit einem der Sachen! Aber von dem wir nur eins haben, da macht bitte Samen draus! Mhh! Und wo hast du denn den Ofen? Ich hab zwei Hühnchen! Ähm! Oben auf dem Baum! Flushed of Shielding! Okay! Trau mich aber nicht auf dem Baum! Flushed of Shielding! Äh! Ich mach dein Brandkind hinten! Bei deinem Spawnkind hinten! Mhh! 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 Was war das denn? Deine! Achso! Wir haben diesen komischen Sand im Keller! Was hast du gemacht? Ernsthaft? Ich hatte so Dinge da und ich dachte das wäre Erde! Ja! Mhh! 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 Das kann man daraus schaffen! Äh! Mhh! Wie werden wir das wieder los? Äh! Wahrscheinlich gar nicht! Nichts! Ist aber blöd! Das ist ganz blöd! Das ist ganz blöd! Theoretisch! Theoretisch müsste es doch jetzt abgeflossen sein! Zum tiefsten Punkt! Test das mal! Probiert's aus! Aua! Duffy! Teste mal! Aua! Metas du haust mich! Entschuldigung Yama! Ich wollte nur Duffy hauen! Ey! Nö! Also ich sink hier auf jeden Fall ein bisschen ein! Aber nicht sehr viel! Und überall ist hier jetzt dieses Zeug drauf! Nö! Okay! Hehehe! Ist gar nicht nervig! Metas du musst deinen Gang vorher zubauen! Hehehehe! 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 Oder ich tu... Ich hab ja noch 8! Ich hab ja noch 8 von diesem Sand! Ich könnte ja noch mehr verteilen! Nein! Ja ist klar! Weck! Ähm! Also... Äh... Wir haben ja wieder mal... Nichts geschafft! Geschafft! Hehehehe! Hallo! Wir haben doch auch noch ein paar Minuten! Ja! Nützt du uns doch nicht! Was wir brauchen ist auf jeden Fall äh... Genau! Ich wollte ja eigentlich ein... Was ist das für ein Zeug? Äh... Haben wir hier irgendwo Spinnen? Da draußen sind bestimmt viele! Ey! Wir haben eine Absorption 4 dran! Äh... Das war falsch! Okay! Ähm... Okay! Da ist Jama... Da ist... Also Spinnen sind weiter breit nicht zu sehen! Irgendwie! Da ist ein Zombie bei dir! Du solltest vielleicht nicht so rumstehen draußen! Ach! Das würde ich schon merken! Äh... Ach den hier meinst du! Spricht ein paar auf die Banken! Und dann hat sich das erledigt! So! Also eigentlich sollten hier haufenweise Spinnen sein! Nein! Bitte ich nein! Warte mal! Keine einzige Spinne! Äh... Wir sind zu schlecht! Aber ein Wiffer! Meters! Du gehst zum Wiffer! Äh... Na ja! Da will ich nicht hin! Da will ich nicht hin! Verstehe ich jetzt gar nicht! Ich habe eine Spinne gehört! Ja 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 ja! Hallo mein Freund! Ich brauche ich doch! Meters! Du bist... Zwei Chance vom Wiffer weg! Ja! Das ist doch schön! Ich habe doch nur eine Spinne hier abgefahren! Mensch! Wenn du das Viech hier hochlockst! Ne! Ich mag dich nicht mehr! Ich brauche doch... Ich entbande nicht wenn du stirbst! Ich brauche doch die... Wie viel haben wir denn jetzt? Äh... Warte mal! Hatten wir nicht... Viel zu wenig! Ja! Sind vier! Äh... Wie viel brauche ich dafür? Vier! Äh... Für einen Wollblock! Wölf! Mhm! Wölf! Ich will ja keinen Wollblock machen! Was willst du dann machen? Ähm... Ich will ein Sieb bauen! Also... Entschuldigung! Bau mich nicht! Wäre äußerst ungünstig! So... Ähm... Hier ist natürlich alles finster! Ja! Nehmen wir noch einen Apfel mit! Ach stimmt! Zu essen könnte ich auch mal wieder was brauchen! Äh... Das geht nicht! Ach das ist noch nicht fertig! Wachstum 50%! Äh... Hey! Lass das! Hilfe! So... Jetzt wo wir draußen sind, spawnen auch alle möglichen Viecher! Nein! Ja! Aber ich brauche Spinne! Hä? Ich brauche Spinne! Nicht Richtung Süden! Ich muss jetzt mal auf den Baum zurück! Warum nicht? Und den Ofen holen! Weil da der Wisser ist! Weißt du der ist immer noch da? Ja klar! Der spawnt nicht! Warum nicht? Das fragst du selber! Du kannst ja gerne hingehen und gucken! Okay! Also... Lassen wir das lieber! Und Lootbacks! Was habe ich denn da bekommen? Ähm... Wegwerfnetz! Safargi! Ich kann den nur daheinsperren! Weiß ich nicht mehr wo zuhause ist! Ja! Und ja! Melonenkerne! Papier! Leitungssonde! Und nochmal Papier! Jetzt warte mal! Wo waren nochmal nach Hause? Hast du keinen Punkt! Ich glaube nicht! Ich muss in diese Richtung! Hallo! Bleibt mal schön da zuhause! Bleibt mal schön da zuhause! Dann komme ich in eure Richtung! Hm? Ofen! Okay! Da! Die Leute wirklich mal einen Home-Punkt setzen! Äh... Habe ich noch irgendwas? Ich habe eine Kartoffel! Wir könnten uns eine Kartoffel anpflanzen! Ja! Wir haben von jedem... Wir können von jedem so viele essen, bis nur noch eins da ist! Aber das eine, das müssen wir zum Samen machen! Wie mache ich denn hier einen Home-Punkt? Ähm... J... Und dann... Doppelklick auf den Punkt! B... Und... Kannst du auch machen! Oder auch so einfach nur B! Ähm... Name! Boom! So! So! Beichern! Moment! Ich mache hier mal oben dicht, damit da nix reinfällt! So! Also habe ich hier jetzt den Home-Punkt! Hier, wo leuchtet! Mhm! Genau! Ich habe einen Zombie gehört! Brussels Sprout! Broccoli! Solange nicht wieder das John Cena irgendwo ist! Nein! Ich brauche keinen John Cena! Ich brauche eine Spinne! Däh! 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 Wofür brauchst du denn bitte spinnen? Was willst du denn mit Fäden? Ich bin Fäden! Ich bin Siegmachend! Ich bin Siegmachend! Ich bin Siegmachend! Ja, das wird sehr nötig für uns sein! Vertrau mir! Von Äh! Von Äh! Echsenihilo! Hallo! Genau! Ihr braucht doch Wolle, ne? Ja! Wann rennt ihr dann bitte an Baumwolle vorbei? Wo? Äh! Wolle! Wolle brauche ich nicht! Ich brauche Fäden! Stoffgarten! Nach wie vor! Ja! Fäden kann man da auch draus machen! Ich habe jetzt vier Fäden! Ich habe die Gelizeren von der Spinne ge... Wie krass ist das denn? Was ist denn eine Gelizere? Äh! Das sind die, die vorne dran sind, womit sie beißen! Ich denke, die heißen Zähne! Okay! Das sind Gelizeren! Ich hätte sie Fangzähne genannt! Hahaha! Methos der Spinnenexperte! Ja, Methos hat bei sich zu Hause schon so viele Spinnen unter dem Kühlschrank! Hahaha! Äh! Eigentlich hatte ich jahrelang Vogelspinnen! Im Kühlschrank! Nein! War das Vogelspinnen unter dem Kühlschrank? Da hätte ich aber Angst! Nein! Ach! Sag mal! Ist das eine gelbe Kuh? Ich mag das mal noch gehen! Aber so unter dem Kühlschrank, frei im Wohnen, frei in der Wohnung! Äh! Jetzt suche ich den Knopf für Zoom! Ich hatte es sonst immer auf V! Wo ist denn das hier jetzt? Keine Ahnung! Leute! Leute! Da hinten ist einer von diesen Lucky Blocks, aus denen mal so ein Wither gespawnt ist! Will den nur einer betätigen? Nein! Nein! Hallo! Ihr hattet da immer Glück gehabt bei den Viechern! Äh! Der da läuft, meinst du? Ja! Ich geh mal hin! Ich trau mich jetzt! Äh! Ich will wenigstens rauben! Ich komm von hier oben zu! Nein! Du kommst mit und beschützt mich! Ich hab nichts zum Beschützten! Ich hab... Ich hab... Ich hab'n... Meere-Tich! Hahaha! Hat'n erschlags mit Meere-Tich! So! Irgendwas hab' ich gekriegt, aber es war kein Monster, glücklicherweise! Okay! Und ich hab'n nochmal Spinnenpeben gekriegt! Das ist auch sehr gut! Du hast irgendwas mit dem Namen Findet Nemo bekommen! Hä? Reaper auf Spinne! Na toll! Da hinten ist ein Enderman! Grille würde ich das Viech nennen! So! Ich komm' wieder nach Hause! Mythos, was hast'n du gekriegt? Das, äh, guck' ich, wenn ich zu Hause bin! Spinne hinter dir, Mythos! Mythos, hinter dir! Spinne! Ihr, ihr müsst'n mir mal helfen! Ich krieg' hier die Waffe nicht gezogen! Mann! Ach ja! Und du bist gebannt, wenn du stirbst! Aber wir können auch in der nächsten Folge weitermachen! Ja, aber erstmal geh'n wir nach Hause! Mhm! Kann nicht mehr rennen! Du kannst doch nicht mehr rennen! Äh, zu viel Hunger! Wir müssen ein Feld machen! Da kann man das dann alles anpflanzen! Dann haben wir dann genug! Mhm! Mhm! Wo ist denn zu Hause? Ja! Also ich, ich bin gleich da! Ja, ich auch! Ich bin daheim! Moment, ich... Hä? So! Ich bin gern vorbeigegant! Hä? So! Jetzt mal gucken! Was haben wir denn gekriegt? Einen Lootbag! Äh! Ich hab'n Nemo gekriegt! Ja! Also im Serverchat steht, äh, trigger the reward with name of finding Nemo! So! So! Ich hab'ne Eisenröse! Juhu! Ah, gut! So! Eisenhalisch! So! Dann hab' ich hier Kohle gekriegt! Äh, verrottetes Fleisch! Ich hab'ne Kartoffel, die Kartoffelpflanzen war an! Pflanzen war an! Das wär' vielleicht ne gute Idee! Mach' mal hier einfach jetzt so... Hackenkreis hier hin! Äh, warum geht das nicht? Ach! Da ist die Kartoffel essen, anstatt sie einzupflanzen! Geht'n das nicht Kartoffel? Komisch! Hallo! Gott! Ackerboden! Meta, was ist denn dieses EMC? So kann ich die nicht anpflanzen? Muss ich da irgendwas anderes... Ah! Da, man muss man erst daraus machen! Dann geht's trotzdem nicht! Echt? Okay? Komisch! Äh, seltene Same! Ähm... Okay! Wir werden versuchen, das herauszufinden! Ich sag' bis zum nächsten Mal! Und... Tschüss! Tschüss! Ja, tschüss! Tschüss! Tahniah Harper,